Moin Leute, was geht ab zu einem neuen Video auf meinem Kanal Leute. Heute zeige ich mal wie ihr Spiele löschen könnt Von eurer Playstation Leute. Playstation 5 bin ich aktuell. Und wir möchten heute mal Welches Spiel löschen wir mal Wir löschen mal Roblox. Wir gehen hier auf Option. Hier diese Taste Es klappt bei PS4 genauso und hier könnt ihr es dann löschen Leute Und es wäre auch sehr nett Leute, wenn ihr mir abonnieren würdet oder mir ein Like oder ein Abo da lassen würdet Und das war es auch mit diesem Video. Und schaut rein und tschau